Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheOmineCraft. Bislang habe ich jetzt jeden Tag für euch ein Video gemacht, allerdings gibt es nun eine kurze Pause an Videos, nicht lange, kein Schreck kriegen, vielleicht nicht mal eine Woche, und zwar ist die Pause so lange, bis ich Aufnahmearbeiten für ein ganz spezielles Projekt fertiggestellt habe. Sagen wir mal so, die kleine Stille vor dem Sturm. Es wird etwas Großes hier auf meinem Kanal kommen, etwas worauf ich mich riesig freue und worauf ihr offensichtlich euch auch freut. Ein Projekt, welches sich gewaschen hat, ein Projekt, wo ihr so viel über Redstone lernen könnt, und dass nachdem ihr das alles durchgeschaut habt, ihr auch Redstone-Experten seid. Ein riesengroßes Projekt, welches wir Block für Block selber hier auf YouTube bauen werden, in einer Aufnahme, die extrem lang ist. Ich sage schon mal jetzt, die Aufnahme hat bislang über 12 Stunden Aufnahmezeit, also freut euch auf etwas Großes. Ich bin nämlich momentan im Urlaub und ihr sollt, während ich im Urlaub bin, selbstverständlich auch mit Videos versorgt werden, und dafür habe ich genau das hier gemacht. Also viel Spaß und jetzt ist erstmal die Pause vor dem Sturm. Bis bald.